Männeranzüge, preiswert versus teuer. Heute teste ich zwei Männeranzüge für euch in zwei unterschiedlichen Preiskategorien. Ihr wolltet, dass ich ein paar Anzüge für euch teste? Ich habe es jetzt gemacht und zwar teste ich heute einen Anzug von Zara gegen einen Anzug von Sue Supply. Und am Ende des Tages könnt ihr dann selbst für euch entscheiden, welcher Anzug für euch der bessere ist. Starten wir mit der günstigen Variante und zwar mit dem Anzug von Zara, den ich jetzt hier aktuell anhabe. Und als erstes möchte ich das bewerten, was ich als erstes sehe und zwar das Äußere. Starten wir erstmal mit der Stoffqualität. Der Stoff besteht aus 70% Polyester und 30% Baumwolle. Also erstmal bin ich froh, dass überhaupt noch ein Teil Baumwolle in dem Anzug enthalten ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht und es spricht an dieser Stelle auf jeden Fall für den Anzug von Zara. Der Großteil an Polyester spricht natürlich dafür, dass der Anzug halt dementsprechend seine Form behält, da Polyester ein synthetischer Stoff ist. Kommen wir zum Muster. Das Muster finde ich persönlich eigentlich ganz nice, also auch vom Look her. Wir haben hier ein schwarzes Haantrittmuster und mit weißen großen Karos drüber. Das schwarze Haantrittmuster wird zwar jetzt auf dem ersten Link nicht so ersichtlich, aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es ein schwarzes Haantritt ist. Zum Äußeren kann man noch sagen, dass man hier an beiden Seiten eine Tasche hat und man hat ein Notchleppelrevers, was allerdings sehr schmal gehalten ist. So, ich verteile jetzt für jede Kategorie Punkte. Fünf Punkte ist die Maximalpunktzahl und für das äußere Erscheinungsbild des Anzuges gebe ich an dieser Stelle drei von fünf Punkten, weil ich finde, dass der Anzug echt ein cooler Anzug ist, der als erstes, wenn man ihn sieht, echt einen guten Eindruck macht. Kommen wir zum Innenleben des Anzuges. Beim Innenleben des Anzuges ist es so, dass das Innenleben leider Gottes aus 99% Polyester und 1% Elastan besteht. Wie eben schon gesagt, der Polyesteranteil ist natürlich gut, dass der Anzug die Form behält. Allerdings ist es so, dass natürlich bei diesem Gemisch, sag ich jetzt mal, man schnell anfängt zu schwitzen und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass man halt auch schnell anfängt zu riechen. Wenn man sich den Anzug von innen einfach mal anschaut, dann sieht man, dass das Lining nicht komplett bis nach ganz unten geht. Sprich, dieses Lining nennt man Butterfly Lining, weil halt nur in Anführungsstrichen die Schulter, die Arme als auch ein Teil des Innenbereiches gefüttert ist und nicht der komplette Anzug von oben bis unten gefüttert ist. Das sieht man hier an dieser Stelle ganz schön. So, was ein bisschen schwierig ist bei diesem Anzug, sind die Innentaschen, denn ich habe hier auf der linken Seite eine Innentasche, also auf der rechten Seite eine Innentasche und bei der rechten Seite, die ist schon so klein, dass da vielleicht gerade noch iPods reinpassen und dann habe ich halt tendenziell nur noch eine Tasche zur Verfügung, weil man die äußeren Taschen natürlich nicht verwendet, um da irgendwie ein Portemonnaie oder ein Handy reinzutun. Von daher wird es platzmäßig ein bisschen schwierig bei dem Anzug, wenn man zum Beispiel Portemonnaie, Handy, Visitenkarte oder vielleicht auch noch einen Kugelschreiber verstauen möchte. Von der Konstruktion des Anzuges kann man erstmal gar nicht sagen, aber der Anzug ist halt an einigen Stellen anstatt genäht einfach nur geklebt. Das liegt natürlich daran, dass das hier Massenware ist, was ich trage. Zara produziert ja natürlich in Massen und da werden natürlich Teile des Anzuges geklebt, was natürlich von der Qualität her jetzt nicht das Beste ist. Punktevergabe für das Innenleben, da gebe ich einen von fünf Punkten. Kommen wir zu den Knöpfen. Ist ein kleines Detail, was allerdings einen großen Unterschied machen kann, denn wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, hier an der Manschette habe ich nur zwei Knöpfe, in Anführungsstrichen nur zwei Knöpfe und diese Knöpfe sind halt nicht funktional. Man kann diese Knöpfe nicht aufmachen, die sind einfach nur dran genäht. Am ganzen Anzug sind übrigens die gleichen Knöpfe vernäht, also alle in dunkelblau, sprich da gibt es hier keinen Kontrast. Dementsprechend kann man auch kein Highlight setzen mit den Knöpfen, denn wenn du zum Beispiel ein cooles Accessoire hast, wie zum Beispiel ein Einstecktuch, passend zum Knopf, dann kann man natürlich sowas nochmal schön unterstreichen. Was bei den Knöpfen allerdings positiv zu bewerten ist, dass man minimum einen Ersatzknopf hat und zwar im Innenleben des Anzuges befindet sich ein Ersatzknopf. Das ist allerdings ein großer Ersatzknopf, wenn zum Beispiel hier vorne mal einer abfällt, dann hat man da auf jeden Fall Ersatz. Bei den kleinen gibt es leider keinen Ersatz. Punktevergabe bei den Knöpfen gebe ich zwei von fünf Punkten. Machen wir weiter mit dem Fit. Der Anzug sitzt für meine Verhältnisse relativ gut, muss ich echt sagen, also sowohl die Hose als auch das Sakko. Ich starte jetzt aber erstmal mit der Hose. Die Hose ist generell sehr modisch geschnitten, da sie a und einen Umschlag hat und b auch relativ kurz geschnitten ist. Also für manche Anlässe wäre die Hose einfach schon ein bisschen zu kurz geschnitten. Zusätzlich kann man zu der Hose noch sagen, dass sie oben am Hosenbund echt sehr gut sitzt. Man hat hier zwei Knöpfe, um die Hose vernünftig zu schließen und damit die Hose auch dementsprechend gut hält. Man hat auch die Möglichkeit, hier noch ein Gürtel dran zu machen. Also es sind noch Gürtelschlaufen hier an der Hose dran, die ich persönlich hier allerdings gar nicht brauche, weil die Hose wirklich gut sitzt. Kommen wir zum Sakko. Das Sakko sitzt auch sehr gut, ist etwas sportlicher geschnitten, also liegt einfach ein bisschen enger an. Und wenn wir die vier wichtigen Punkte beim Sakko bewerten, sprich die Ärmelänge des Sakkos, die Schultern des Sakkos, als auch die Taillierung und die Länge des Sakkos, muss ich sagen, kann man die ganzen vier Punkte eigentlich relativ positiv bewerten. Das einzige, was halt ein kleiner Makel ist, was heißt Makel, das hängt auch ein bisschen mit dem Schnitt zusammen, ist die Sakkolänge. Die ist einfach ein bisschen kürzer als normal, weil der Anzug halt relativ sportlich ist. Kommen wir zur Bewertung des Fits. Ich gebe hier drei von fünf Punkten, kann gleichzeitig aber auch dazu sagen, dass vielen Leuten wahrscheinlich diese Anzüge nicht direkt passen. Dann muss man halt noch mal kurz zum Schneider gehen, ein, zwei Euro investieren, damit der Anzug dann dementsprechend auch passend sitzt. Aber ich meine, das ist bei dem Preis wirklich kein Problem. Ich habe das an dieser Stelle nicht gemacht, also der Anzug sitzt auch wirklich so, wie er sitzt. Also ich habe hier nichts geändert, der ist wirklich so von der Stange. Kommen wir zur Beratung, da gibt es glaube ich gar nicht großartig viel zu sagen, denn bei Zara gibt es keine Beratung. Punkt. Man kann natürlich sagen, hey, ich brauche das Stück vielleicht noch in einer anderen Größe, da kommt vielleicht mal jemand vorbei und bringt dir dann zum Beispiel das Jackett oder die Hose in einer anderen Größe. Aber das war's. Man hat da keine Fachkompetenz oder Leute, die sagen, hey, probier doch mal das oder das ist vielleicht nicht richtig. Deshalb kann ich da an dieser Stelle einfach nur 0 von fünf Punkten vergeben. Kommen wir zum Preis. Über den Preis brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren, denn der Anzug war so günstig, weil ich den Anzug damals im Sale gekauft habe. Ich gehe jetzt aber mal von dem regulären Preis aus und der reguläre Preis würde circa bei 100 Euro liegen. Und bei 100 Euro für so einen Anzug, Leute, da kann man wirklich gar nichts sagen. Deshalb gebe ich an dieser Stelle auch fünf von fünf Punkten für den Preis. Meine Empfehlung bei günstigen Anzügen, wie zum Beispiel bei diesem Anzug, ist, dass man halt mit kleinen Accessoires, sei es ein Einstecktuch, sei es eine Krawatte, also eine hochwertige Krawatte oder ein hochwertiges Einstecktuch, den Anzug einfach ein bisschen aufwerten kann. Wenn zum Beispiel der Stoff nicht der hochwertigste ist, dann hat man so halt die Möglichkeit, mit kleinen Details diesen Anzug einfach ein bisschen nach oben zu katapultieren. So Leute, ich war in der Garderobe und habe jetzt meinen Anzug von Suitsupply an. Und eins kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, Leute, ich fühle mich direkt mehr Boss. Um natürlich beide Anzüge halt halbwegs miteinander vergleichen zu können, habe ich mir hier bei Suitsupply auch ein ähnliches Modell ausgewählt, was vom Schnitt her und auch von der Art des Anzuges her sehr dem von Zara ähnelt. Starten wir bei dem Anzug auch mit dem Äußeren. Hier haben wir ein Mischgewebe und zwar aus Seide, Baumwolle und Leine, anders als beim Anzug von Zara. Allein an dem Gewebe kann man schon erkennen, dass das Gewebe natürlich wesentlich hochwertiger ist als das Gewebe bei Zara mit Polyester. Das Muster ist ein bisschen anders als beim Anzug von Zara. Wir haben jetzt hier ein Fischgrätenmuster, was allerdings sehr interessant ist, ist, dass das Fischgrätenmuster tatsächlich aus drei verschiedenen Farben besteht. Ein hellblau, ein marine und ein weiß. Aber im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, dass der Anzug unabhängig jetzt vom Muster sehr dem Anzug von Zara ähnelt. Vom Äußeren muss ich sagen, der Anzug gefällt mir definitiv und ich tue mich immer so schwer damit, 5 von 5 Punkten zu vergeben, aber ich gebe an dieser Stelle 4 von 5 Punkten. Kommen wir zum Innenleben des Anzuges. Das Innenleben des Anzuges besteht aus einem Stoff, habe ich bis dato noch nie gehört, heißt Cupro. Das Gute an diesem Stoff ist, dass es einfach ein atmungsaktiver Stoff ist und das macht den Anzug natürlich auch dementsprechend ein Stück weit hochwertiger. Der Vorteil daran ist, dass man halt nicht so schnell anfängt zu schwitzen und dementsprechend auch nicht zu riechen. Bei dem Lining ist es anders als bei dem Zara-Anzug. Da hatten wir ein Butterfly-Lining, hier haben wir ein Full-Lining. Das bedeutet, dass der Anzug tatsächlich von innen komplett ausgefüttert ist, wie man hier schön sehen kann. Das Tragegefühl von diesem Cupro-Stoff ist tatsächlich sehr angenehm. Also wenn man in diesen Anzug reinschlüpft, dann merkt man, dann hat man einfach direkt ein anderes Gefühl, wenn man reinschlüpft, als bei dem Zara-Anzug. Muss man einfach so sagen. Was bei dem Innenleben allerdings noch sehr positiv zu bewerten ist, sind die Taschen. Beim Zara-Anzug hatten wir nur anderthalb Taschen, sage ich jetzt mal. Es war eine große, eine kleine Tasche. Und hier haben wir tatsächlich mehrere Taschen. Und zwar auf der linken Seite haben wir insgesamt drei verschiedene Taschen in drei verschiedenen Größen. Und auf der rechten Seite auch noch eine Tasche. Also hier haben wir definitiv genügend Platz, um unser Handy, Portemonnaie, Visitenkarten, Kugelschreiber oder was auch immer noch unterzubringen. Also das ist definitiv sehr positiv zu bewerten. Übrigens habe ich mir noch sagen lassen, dass der Anzug Half-Canvas ist. Das bedeutet, dass vorne eine Ross-Einlage vernäht worden ist. Und das ist natürlich klar ein Anzeichen von Wertigkeit. Punkte für das Innenleben verteile ich diesmal, auch wenn ich deutsch bin, ja, tatsächlich fünf von fünf Punkten. Weil der Tragekomfort ist einfach super. Und mir gefällt es halt extrem gut, dass ich halt genügend Platz habe. Weil ich bin mal so ein Typ, ich brauche immer meinen Platz, wo ich meine Sachen verstaunen kann. Kommen wir zum Thema Knöpfe. Hier sieht man mal wieder den Unterschied von einem günstigen zu einem wertigen Anzug. Denn wir haben hier an der Manschette vier Knöpfe an beiden Seiten. Und zwar sind diesmal Kissing-Buttons. Das bedeutet, dass die Buttons halt aufeinander aufliegen, halt so die Knöpfe. Und die Knöpfe sind nicht nur angenäht, sondern auch funktional. Heißt, du kannst die Knöpfe auf- und wieder zumachen. Zusätzlich kann man noch sagen, dass man halt einen Kontrast hat bei den Knöpfen. Man hat hier einen hellblauen Anzug und dunkelbraune Knöpfe. Dementsprechend hat man einfach einen schönen Kontrast und kann auch hier und da mit einem Accessoire, zum Beispiel auch mit Schuhen oder einem Gürtel, ein Highlight setzen. Und wenn du die Inntasche aufmachst und mal schön in die rechte Inntasche reinpackst, dann siehst du, dann hast du da auch noch zwei Ersatzknöpfe. Und zwar einen kleinen für die Manschetten, aber auch einen großen für vorne. Was die Knöpfe angeht, vergebe ich vier von fünf Punkten für die Knöpfe. Wenn du übrigens weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann lade dir einfach mal das E-Book Dements Style Guide runter. Da kriegst du einfach ein paar Informationen zum Thema Outfits und Styling und mit dem Gutscheincode DanielCordet20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Bevor wir zum Fit kommen, muss ich dazu kurz was sagen. Beim Fit ist es halt so, dass du bei Zara die Möglichkeit hast, verschiedene Größen zu wählen. Sprich, wenn du zum Beispiel die Pumperfigur hast, also oben breit bist und unten schmal, hast du die Möglichkeit, ein Sakko auszuwählen, was sehr groß ist und halt eine Hose auszuwählen, die sehr schmal ist. Bei Suit Supply ist es allerdings so, dass du einen Anzug in einer Einheitsgröße kaufst. Dementsprechend sind Sakko und Hose in der einheitlichen Größe. Das bedeutet wiederum, dass du bei Suit Supply wesentlich größeren Aufwand hast, den Anzug zu ändern, wenn du zum Beispiel halt so eine Pumperfigur hast. Legen wir jetzt los mit der Hose. Die Hose ist einfach ein bisschen weiter geschnitten als die Zara Hose und ich habe jetzt hier die Hose auch ein bisschen kürzen lassen, also von der Hosenlänge her und habe hier keinen Umschlag, wie bei der Hose von Zara. Generell muss ich aber sagen, sitzt die Hose jetzt wirklich perfekt, nachdem ich sie abändern lassen. Was allerdings noch sehr positiv zu bewerten ist bei der Hose, ist folgendes, dass du drei Punkte hast, um die Hose zu schließen. Heißt auch natürlich ein absolutes Qualitätsmerkmal. Du hast drei Knöpfe, um die Hose zuzumachen und das gibt mir natürlich auch ein richtig schönes, sicheres Gefühl. Auch hier bei dieser Hose haben wir Gürtelschlaufen, ähnlich wie bei der Hose von Zara. Und wir haben hier noch ein kleines Detail und zwar noch eine Tasche hier an der Hose. Auch ein schönes Detail, wenn du zum Beispiel mal einen einzelnen Schlüssel einfach irgendwie verstauen möchtest, ist diese Tasche dazu perfekt. Kommen wir zum Fit der Sakkos. Das Sakko ist ähnlich sportlich geschnitten wie das von Zara und sitzt auch sehr gut. Wenn man die vier Punkte wieder durchgeht, sprich Ärmellänge, Schulter, Sakkolänge und Taillierung, hat das alles ganz gut gesessen. Ich habe hier allerdings eine Änderung vorgenommen und zwar bei der Taillierung. Ich habe das Sakko einfach ein bisschen schmaler machen lassen, weil ich das einfach persönlich ein bisschen besser finde und dann sitzt es einfach noch sportlicher. Zusätzlich kann man zum Sakko noch sagen, dass wir hier auch an beiden Seiten eine Tasche haben, also aufgesetzte Taschen. Und das Revers ist ein Notchlepell-Revers, ähnlich wie beim Anzug von Zara. Allerdings ist das hier ein bisschen weiter geschnitten. Und i-Tüpfelchen, ja, auch Qualitätsmerkmal. Wir haben hier am Revers noch das Meiländer Knopfloch, was wir bei Zara nicht hatten. Kommen wir zur Punktevergabe vom Fit. Hier gebe ich drei von fünf Punkten, aus dem Grund, weil ich hier halt einige Änderungen habe machen lassen, wie zum Beispiel Hose angepasst und Sakko ein Stück weit angepasst. Von daher drei von fünf Punkten. Kommen wir zum Punkt Beratung. Beratung, kann man nicht anders sagen, war bei Suit Supply 1a. Du hast da wirklich Leute an der Hand, die tagtäglich nichts anderes machen, außer Leute beraten bei der Anzugwahl. Also von daher kann man das einfach nur nochmal positiv unterstreichen. Das ist wirklich top. Also wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest und auf jeden Fall Beratung haben möchtest, dann geh zu Suit Supply. Dementsprechend kann ich auch nur noch hier fünf von fünf Punkten geben. Nicht nur für die Beratung, also wirklich 1a, sondern auch für den Service, den du halt vor Ort hast. Denn du hast die Möglichkeit auch dementsprechend noch deine Anzüge direkt vor Ort anpassen zu lassen. Kommen wir zum Preis. Der Anzug hat 3,99 gekostet und ich habe ja noch einige Änderungen machen lassen. Dementsprechend habe ich nochmal 80 Euro dafür extra gezahlt, sodass wir beim Preis bei 4,79 liegen. Ich gebe für den Preis allerdings vier von fünf Punkten, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil man hier auch eine wesentlich größere Leistung bekommt oder wesentlich mehr Leistung bekommt als bei Zara, passt das hier definitiv und dementsprechend vier von fünf Punkten. Wenn wir die Anzüge jetzt miteinander vergleichen, dann haben wir einen ganz klaren Gewinner. Und zwar den Anzug von Sue Supply mit 25 Punkten im Vergleich zu dem Anzug von Zara mit 14 Punkten. Es ist natürlich schwierig, die Anzüge jetzt 1 zu 1 miteinander zu vergleichen, weil du halt verschiedene Leistungen einfach bei Zara nicht hast. Dementsprechend fallen die Punkte einfach kategorisch einfach mal weg. All in all muss ich aber persönlich sagen, dass ich beide Anzüge sehr mag. Beide Anzüge sitzen gut und wenn du halt nicht ganz so viel Kleingeld hast, dann fährst du auch mit dem Anzug von Zara richtig gut. Wenn du allerdings mehr auf Wertigkeit legst und mehr auf Qualität legst und sagst, hey, ich möchte auch lange was von dem Anzug haben, nicht nur vielleicht für zwei Saisons, sondern ich möchte ihn auch vielleicht mal zu einer Hochzeit anziehen oder zu einem Business Meeting, dann solltest du auf jeden Fall auf Sue Supply zurückgreifen. So Leute, und jetzt schreibt ihr mal bitte in die Kommentare rein, welcher Anzug euch persönlich besser gefallen hat. Der von Sue Supply oder der von Zara? Schreibt doch gerne rein, welche Anzüge ich als nächstes testen soll, also von welchem Hersteller. Ich freue mich auf eure Kommentare, wünsche euch einen wundervollen Tag und viel Spaß beim Upsuten.